Das liegt ganz nahe, dass das die Einheimischen sind, die hier leben und die seit Jahrhunderten hier waren. Und früher hatte man eigentlich, also die Landschaft war gesäumt von Fischerdörfern und in den Häfen standen Fischkutter. Und ich sehe einfach, dass diese Sachen langsam verschwinden und relativ leise und unbemerkt. Musik Schön war es im Hafen zu zweien, dann wird es wieder so sein. Ich werde sie in jedem Fall bis zum Schluss begleiten. Man kann ja sagen, dass in den nächsten fünf Jahren etwa die Hälfte in den Ruhestand geht. Aber ich erlebe eigentlich dauernd, dass einige von ihnen einfach sterben oder in Fröhrente gehen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Musik 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 Musik